Heute sehen wir uns an, wie du mehrere Linien in ein Liniendiagramm in Microsoft Excel darstellen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Bevor wir loslegen können, bitte ich dich diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Liniendiagramme zeigen uns den Verlauf von Daten so an, dass Schwankungen und Entwicklungen schnell abgelesen werden können. Wie in diesem Beispiel zu sehen, werden drei Linien Nordamerika, Europa und Asien als Umsatz nach Region dargestellt. Um diese Grafik zu erstellen, benötigt es zunächst einen Blick auf die Datenquelle. Diese befindet sich unterhalb der Grafik. Wie hier zu sehen, gibt es nun die Darstellung der einzelnen Monate und die Regionen sowie die einzelnen Monatsumsätze. Beginnen wir nun damit, diese Grafik zu erstellen. Ich lösche die bestehende und wähle als ersten Schritt den gewünschten Darstellungsbereich aus. Ich inkludiere auch die Monate August bis Dezember, da diese für die nächsten Monate ja auch in der Grafik berücksichtigt werden sollen. Auch wenn diese zunächst noch keine Daten beinhalten. Als nächstes wähle ich nun im Menü im Bereich Einfügen unter der Rubrik Diagramme den Button Empfohlene Diagramme. Anschließend erhalten wir nun eine Auswahl vordefinierter Diagramme. Ein Blick auf die zweite Auswahl deutet bereits auf eine Darstellung aller drei Regionen bzw. mit mehreren Linien in einem Liniendiagramm dar. Alternativ, wenn man das nicht möchte, gibt es noch die Option Alle Diagramme und kann sich darin das entsprechende Diagramm selektiv nochmals auswählen. Wie hier zu sehen. Ich kann beispielsweise diese auswählen und bestätige mit OK. Somit erhalten wir bereits unsere Auswertung. Nun können wir damit beginnen, etwaige Formatierungen durchzuführen, wie zum Beispiel den Diagrammtitel nach Umsatz pro Region. Die Legende ist bereits angeführt. Ich könnte noch als nächsten Schritt zum Beispiel die Datenbeschriftung auswählen, um die Einzelbeträge auf Monatsebene zu sehen. Wie ihr seht, könnt ihr somit mehrere Linien oder Daten in einem Liniendiagramm darstellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!